Ich glaube, ich mache mir jetzt das Telebier auf. Das ist... Es ist an der Zeit. Jetzt oder nicht. Ja, ja. Was hatten wir denn noch? Es gibt, das ist ja so ein bisschen WWDC-Wieg schon vorher gewesen, weil irgendwo ist ein Bild von iOS 14 rausgefleucht. Was steckt denn da drin? Leo. Da steckt auf jeden Fall einiges drin. Das Interessante an dieser Art von Leak ist ja, dass einfach Code rausgeflogen ist und nicht ja offensichtlich kein Gerät, auf dem sich dieser Code installieren ließ oder kein Gerät, auf dem dieses System installiert gewesen ist. Und deshalb bedeutet es natürlich, dass alle bisherigen Berichte darauf basieren, dass man in diesem Code stöbert. Und da kann man natürlich interessante Sachen finden, aber man muss sich natürlich auch einiges zusammenreimen und man weiß natürlich unterm Strich auch nicht, wie es dann im konkreten Fall aussieht. Und wir wissen natürlich auch nicht, welche der Funktionen davon halt am Schluss überhaupt ankommen oder halt sowieso einfach nur da testweise drin sind oder oder halt wieder rausfliegen oder wer weiß halt vor vor Juni gekickt werden. Und der Bild ist offensichtlich auch noch von von Ende ist es so von Ende Ende 2019 drum. Ja, also insofern bleibt dann bleibt da einiges offen, aber war natürlich ein sehr interessanter, sehr interessanter Einblick. Ich meine, 9to5-Mac, die haben das auf mehrere Tage ausgeweitet, was ich ihnen nicht zum Vorwurf machen würde. Naja. Aber es ist natürlich, ich meine, es wurde natürlich auch nicht unbedingt Highlight-reicher von... Nee, das stimmt. Also, ja, also ich meine, Watchfaces mit Flaggen, ich meine, who cares? Come on. Ja. Ja, aber es waren auf der anderen Seite, es war natürlich ein super, wie sagt man, Scoop und ist natürlich ein interessanter Einblick auch gewesen. Und McRumors hat ja dann offensichtlich auch noch die Finger dran bekommen. Die hatten auch noch mal einen eigenen, einen eigenen Stocher-Artikel mit Zeug aus dem Code. Und ja, also ich meine, unterm Strich, ich meine, außer vielen, vielen interessanten Kleinigkeiten, was so unterm Strich bei mir hängen geblieben ist und wo natürlich vor allem die visuelle Komponente fehlt, ist halt, dass Apple zumindest versuchsweise den Homescreen jetzt wirklich mal anzugehen scheint. Die Gerüchte gab es ja schon letztes Jahr für iOS 13 praktisch und dann hieß es relativ schnell, okay, das wird wahrscheinlich vertagt, weil das irgendwie nicht mehr unterkommt. Und jetzt scheinen sie es in iOS 14 noch mal in Angriff zu nehmen und ich meine, Homescreen umzuwerfen bis jetzt sieht es ja nach einer zusätzlichen Ansicht oder optionalen Ansicht aus, sehr unklar, wie und wo die versteckt ist. Vielleicht bauen sie die ja auch irgendwie da in die Spotlight-Suche ein oder irgendwo anders halt rein und die ist nicht wirklich im Homescreen drin. Ich bin sehr neugierig, aber die Überlegung, dass du halt Apps dann noch mal nach anderen Kriterien sortiert bekommst, da ist ja die Rede von der Listenansicht wie auf der Apple Watch, das ist ja jetzt auch nicht so die auch nicht so der chlorreichste App-Homescreen, wenn man so will. Und verschiedene Kriterien, nach denen diese Liste geordnet wird, zum Beispiel halt ja, also alle Apps, die Benachrichtigungen haben, alle Apps, die du am häufigsten benutzt hast in letzter Zeit und so weiter. Solche Möglichkeiten, um halt Apps schnell aufzustöbern nach einem bestimmten Punkt, aber das hört sich ja ein bisschen zu einem gewissen Grad eher nach einer Suchfunktion an, gerade wenn du in Anführungszeichen Filter hast, die du darüber legen kannst, das ist ja kein Alltags-Homescreen, den du dauerhaft benutzt. Also ich bin sehr neugierig, was sie da machen jetzt und was wir am Schluss in iOS 14 sehen, weil Homescreen ummodellierreich wäre sicher eine sehr große Geschichte. Ist das eine Option oder bleibt das erstmal für alle normalen User? Ist das ein Power-User-Feature? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Homescreen, wie er jetzt halt seit 2007 existiert, dass sie den umwerfen, weil der ist halt einfach so ein furchtbar zentrales Element und das wird, glaube ich, schon auf viel Drama stoßen, wenn da dran, wenn der einfach so standardmäßig anders aussieht. Das kann ich mir, das kann ich mir auf Teufel komm raus nicht vorstellen. Aber eine interessante Geschichte wäre doch, ob sie die Technik dahinter mit Springboard anfassen gleichzeitig. Also ob das halt nur ein Feature ist, was jetzt auf dem Springboard drauf sitzt oder ob sie wirklich die grundlegende Technik, auch wenn es jetzt nicht optisch komplett anders wird, für zukünftige iOS-Versionen mal anfassen, das fände ich durchaus spannend. Auf der Apple Watch ist es ja relativ interessant. Sie haben ja immer noch diese Wabenansicht als Standard. Wenn du deine Watch neu einrichtest, neu kaufst, dann kriegst du diese Bienenwabenansicht. Und wenn du da einen Force-Touch drauf machst, dann kriegst du diese Listenansicht zur Auswahl. Also die ist schon auch versteckt immer noch. Das ist so eine Option, ich möchte da nichts ableiten für iOS, aber die ist schon noch eine versteckte Option, muss man sagen, diese Listenansicht. Und die, ja, mir gefällt sie besser, ich habe sie jetzt immer standmäßig eingerichtet, aber muss man mal gucken. Also der, der, ich, also an dem Homescreen, der ist sehr zentral und der ist halt sehr markant auch und so weiter. Das ist halt das Konzept, dem jedes Smartphone jetzt irgendwie folgt. Windows Phone hatte so eine Listenansicht übrigens. Also Windows, Windows Phone, äh, ältere Generationen erinnern sich noch, ähm, die, die, da gab es so einen Button, da konntest du alle Programme in so einer Liste anschauen. Also es klingt halt ein bisschen danach, als ob wir das wieder bekommen. Also ich meine, ich benutze das ja schon so, ich suche ja keine App auf dem Homescreen, sondern ich suche in der, in der, mit der Tastatur und gebe halt da zwei, drei Zeichen ein. Ja. Und das funktioniert auch ganz okay, aber es ist halt immer noch einen Schritt mehr, dass ich erst die Suche runterziehen muss und dann da reinklicken muss. Pasti hat sich einen Telekaffee gemacht. Das ist einer der Vorteile, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Die Kaffeemaschine ist an. Die Kaffeemaschine ist immer an. Das ist gut. Ja, ich meine, der zweite große Faktor, aber der sich ja auch schon abgezeichnet hat, äh, die zweite große Fund, äh, der sich abgezeichnet hat, ist natürlich die, eine, eine, eine umfassende Maus Unterstützung halt für iPadOS oder vielleicht auch iOS, sowieso beide Systeme, aber iPad ist natürlich relevanter in dem Fall und halt neben Maus dann wahrscheinlich ja auch ein Trackpad, ähm, in sinnvoller Form, ähm, zum, zum Handhaben bekommt. Das ist natürlich die, die interessantere Sache, ähm, letztlich. Auch da ist natürlich, bleibt es natürlich dann noch, äh, abzuwarten, wie, wie das wirklich aussieht am Schluss, ähm, das, äh, ähm, aber, ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, also diese, die, die, auch dieses Gerücht halt darum, da haben wir ja letzte oder vorletzte Woche darüber auch gesprochen, dass halt dann, ja, ein Smart Keyboard mit integriertem Trackpad halt kommt und du natürlich mit diesem Trackpad dann mehr machen können solltest, als nur irgendwie ein bisschen Text, äh, Textauswahl, das ist natürlich schon eine spannende Geschichte und, ähm, würde das iPad ja doch schon auch noch mal zu einem bisschen anderen Gerät machen, also die Mausunterstützung ist halt am jetzigen Punkt ist die, glaube ich, da gibt's keinen Weg mehr zurück, also die muss einfach kommen, das war jetzt, die Bedienungshilfe war der erste Schritt und das ist eine interessante, ja, in der Randungsweise, ich würde das unterstreichen, ja, ja, also, Entschuldigung, ich wollte hier nicht reingreifen. Nee, ich hatte, ich, ich, ich hab alles gesagt, was ich da also, ich, ich würde es in die Kategorie stecken, um das nochmal abschließend vielleicht, zumindest für den jetzigen Stand der Dinge zu sagen, ähm, das ist wahrscheinlich so wie der Pencil, also, der macht das Gerät einfach, ergänzt es einfach sinnvoll, äh, und, und nimmt ihm nichts an, also, ich glaube, das iPad gewinnt dadurch nur, ähm, und, äh, ich wäre ein großer Fan davon, muss ich echt sagen, also, das, ähm, äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und, und, ja, also, ich, ja, weiß nicht, ob man schon hoffen, also, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab und wie Leo jetzt nochmal gesagt hat, der erste Schritt ist eigentlich getan durch die Bedienungshilfe, eigentlich ist es nur konsequent, das komplett durchzuziehen und nicht ein, ein Jahr irgendwie nochmal rumeiern zu lassen und mit der Hardware, da hab ich relativ, ähm, ja, da hab ich große Hoffnung, dass das, dass es auch passiert. Die ganzen Kleinigkeiten wie irgendwie Nachrichten ab, ähm, wird, passt sich mal dem Status Quo, so den modernen Chat-Ups an und so weiter, das ist auch alles, ähm, sicherlich nettes Zeug. Ähm, ich bin mal gespannt, was so der Grundtenor von diesem Release sein wird, ob wir so auf die ein, zwei Highlight-Features, äh, kommen und dann auf der Rest, die berühmt-berüchtigte Stabilität setzen oder, ähm, äh, wie so, wie das Gefühl bei diesen Sachen ist. Ich meine, das ist ja auch eine Bestätigung durch die Apple, ähm, über das Apple-Statement über die BBC, also wir werden auf jeden Fall die, äh, die Updates zu diesen Betriebssystemen, ähm, im Juni bekommen. Das ist, ähm, das kam ja mit dieser Mitteilung, äh, gleichzeitig mit. Und das ist gut, dass sich das, äh, nicht, nicht auch verschiebt und so weiter. Also da, da scheinen sie ja den Zeitplan so auf jeden Fall einzuhalten. Das scheint ihnen ja auch wichtig gewesen sein, das jetzt zu kommunizieren, weil sonst kam ja, der Hinweis auf die Keynote kam ja sonst immer erst später. Also es kamen immer Termin, ja, ja, WWDC und Sessions und alles. Aber da wurde bei den ersten Ankündigungen, zumindest wo, soweit ich mich gerade erinnern kann, wurde die Keynote eigentlich nie erwähnt. Das heißt, die war natürlich impliziert und es, jeder hat mit der gerechnet und die erwartet logischerweise so als, als Eröffnung der, der ganzen Veranstaltung. Aber der Hinweis hier, wir machen auch eine Keynote, der kam immer erst, ja, weiß nicht, dann im Mai oder später sogar vielleicht, ja. Also genau, ja, vielleicht wirklich erst, äh, kurz vorher. Und, ähm, das ist, das, ja, das war dieses Jahr wahrscheinlich auch einfach wichtig, das nochmal dazu, alles dazu zu sagen, so, es ist alles recht normal, so, in all diesem Irrsinn drumherum. Das ist so Normalität, Normalität, ja, es kommt halt WWDC, es kommt Keynotes, es kommen neue Systeme und alles ist so grob im Zeitplan. Oder der Zeitplan kommt halt komplett aus dem Tritt, weil Geräte nicht kommen, nicht geliefert werden, weil sie vielleicht die Keynote im Herbst halt komplett absagen, verschieben müssen, weil halt irgendwelche Sachen schief laufen, weil irgendwas nicht geliefert werden kann, weil Supply Chain irgendwelche Probleme hat, weil, äh, ich mein, klar, denk mal, denk mal, fahren, fahren die OPS-Laster noch im Herbst oder können, geht das auch nicht? Naja, ja, ja, ist halt alles, alles die Frage, aber ich mein, auf der anderen Seite hast du halt auch, hast halt den Foxconn-Chef, ich mein, dass der sich natürlich hinstellt und jetzt auch gute Laune verbreitet, ist, kann, muss man vielleicht auch mit einer Brise Salz zu sich nehmen, aber, ähm, der, wenn, wenn der auf der anderen Seite darf, na, weiß nicht, weiß nicht, wie, wie da die Regeln sind, so mit Börsenunternehmen, aber, äh, der sollte, die, die Lügen, die aus Börsen notierten Unternehmen rausfalten sollten, relativ gering ausfallen, ja, also, äh, der sich dann hinstellt und sagt, äh, also, also, es läuft halt besser an, als wir erwartet hätten, das kann man natürlich auch weit fassen, so eine Aussage, ähm, aber da natürlich, äh, ja, eher mal versucht, irgendwie was, ja, eine, eine Erfolgsmitteilung rüberzubringen, dass, dass da, ähm, dass da das, ja, sich, man sich zur Normalität zurückbewegt, ist ja ein relativ wichtiges Signal, natürlich, auch wenn es denn stimmt in der Form und, ähm, weiß nicht, also, ich mein, auf der anderen Seite haben wir ja auch Kuo, der dann gesagt hat, hier, der erste Amec kommt vielleicht schon Ende des Jahres, was ja auch irgendwie sehr ambitionierter Zeitplan jetzt plötzlich wäre, sonst, also, also, noch, noch früher als 2021 wirklich noch dieses Jahr, das kann man sich in diesem Jahr jetzt auch im Moment sehr schwer vorstellen mit dem ganzen Zeug, was so passiert, ähm, aber mal sehen, also, ich meine, auch das werden wir ja zur WWDC wahrscheinlich relativ, wird sich relativ klar abzeichnen dann im Juni, was da, ähm, wo, wo, wo die Reise dahin geht, was, was jetzt Mac und Mac OS angeht. Ja, und was, wenn Geräte kommen, irgendwie das 14 Zoll MacBook Pro und diese Geschichten und die AirTags, wann kommen die, kommen die überhaupt oder schieben wir die auch nach, nach hinten, weil, wenn jetzt, wenn jetzt schon irgendwelche Ersatzteile und, und, und Austausch-Iphones knapp werden, dann fängst du vielleicht nicht an, jetzt neue Notebooks zu bauen oder so? Naja, aber ich meine, vielleicht werden halt die Notebooks nicht knapp, die sind ja in einem, spielen ja in einer ganz anderen Liga, also, was, was Stückzahlen und Menge angeht und je nachdem, wo, welche Supplier halt verteilt sind, also, das iPhone ist sicher komplexer in der Hinsicht vermutlich als jetzt ein klassisches MacBook oder MacBook Pro, aber das ist natürlich auch einfach geraten, also, es kann natürlich auch sein, dass da das ein oder andere Teil hängt und vielleicht muss das dann halt auch länger warten, aber ich meine, ja, weißt du, wenn ein neues MacBook Pro kommt, dann, da, 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 da bricht nicht irgendwie, da brechen keine Server zusammen, ja, das bestellen ein paar Leute und fertig und die kriegen es dann früher oder später geliefert. Die Podcasts brechen zusammen, weil wir drei Wochen darüber sprengen, aber sonst, ja, also, aber das iPhone ist natürlich, da ist halt was anderes und deshalb, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, jetzt ist halt natürlich interessant, ob Apple das jetzt einfach macht im März und die Stores sind jetzt dicht, also, dann könntest du ja trotzdem, das spricht ja nicht dagegen, also, es wäre ja eher, eher wäre es bescheuert jetzt zu sagen, wir bringen neue Produkte und lassen die Leute bei uns dann in die, in die Läden strömen, das willst du, glaube ich, im Moment klar vermeiden, aber irgendwie ein paar Pressemitteilungen rauszuhalten. Hier, neues iPhone, also halt iPhone 8 in Neuauflage und, äh, und MacBook Pro genauso. Ich meine, das, das 16er haben sie ja letztes Jahr auch einfach so gebracht und das 14er können sie genauso so bringen. Das ist ja jetzt kein, in Anführungszeichen, bahnbrechend neues Produkt. Es ist aber ein Senf für, 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 für uns und wahrscheinlich auch viele Hörer ist es natürlich ein wichtiges Produkt, weil es dann das erste, erste 14 Zoll oder 13 Zoll Nachfolger ist, der halt halt wieder nach vier Jahren halt wieder eine anständige oder hoffentlich anständige Tastatur hat. Also, ja, und neues MacBook Air wäre natürlich auch, MacBook Air wäre dann natürlich schon eher, oder neues MacBook Air im Sinne von MacBook Air mit einer neuen Tastatur wäre natürlich dann auch nochmal ein wichtiges Produkt einfach von dem, von dem, ja, Menge der, der Macs. Es, es, es kann halt auch sein, ähm, also die, die eine, das eine Beispiel, was da immer zitiert wird, ist halt diese Flut 2011 in Thailand, wo halt Western Digital eine Festplattenfabrik unter Wasser gestanden ist und das halt über gefühlt Jahre die Festplattenpreise und Entwicklung in der Kapazität zurückgeworfen hat. Und das, ähm, der Ausfall, der war nur sechs Wochen lang, ja. Und das, ähm, das ist, das hatte halt eine Riesenauswirkung auf, was du für Platten kriegen konntest, weil halt zum Beispiel Festplatten, also das ist jetzt ein bisschen anders mit den SSDs inzwischen, außer beim iMac, da läuft immer noch eine Festplatte, eine Drehende drin. Natürlich. Ähm, das war halt jetzt eine Komponente, das, also, weißt du, ob du eine große oder eine kleine Festplatte in den Rechner steckst, ist erstmal wurscht, aber es könnte ja auch die CPU sein oder irgendwas, was du halt brauchst und dann nicht hast und dann, ähm, wenn es halt irgendwelche Komponenten sind, die es halt nur von der einen Bude gibt, dann lass es halt den, äh, Thunderbolt-Controller sein, brennt halt die Fabrik ab oder läuft halt nicht, weil die Mitarbeiter nicht können. Ja. Und dann hast du halt ein Problem. Ich meine, das wird man halt sehr gut bei Apple abschätzen können und, äh, ich bin der Meinung, wenn es ein Produkt ist, was, äh, nicht aus unserer Perspektive, sondern aus der Außenwahrnehmung, ähm, so normal ist, ja, also wenn das wirklich, wie, wie Leo schon sagt, wenn das noch ein neues MacBook Air ist, was, was, was in diesen Kreisen hier ein, ein, ein großer Schritt wäre oder ein, ein zumindest sehr deutlich erwähnenswerter Schritt, ähm, wenn es einfach nur das alte, in Anführungszeichen MacBook Air ersetzt und so weiter, äh, die Leute kaufen das alte, ja, muss man einfach so sagen, wir kaufen das neue dann so, ähm, wenn das so ein Produkt ist und die halbwegs vernünftigen Stückzahlen irgendwann so verfügbar sind, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass Apple das einfach irgendwie raushaut, das kann, ich meine, die sind da, glaube ich, echt nicht auf so ein, bei diesen Produkten nicht auf den Hype angewiesen, weil das sind dann so long, äh, so, so Produkte, die sich über, über einen ganz anderen Zyklus verkaufen, einfach so, äh, nicht, nicht halt so ein, so ein Peak haben und, und dann ganz stark auf Pressearbeit irgendwie angewiesen sind, um sich halt zu verkaufen, ähm, ein neues iPhone wirst du nicht einfach so, äh, raushauen, also wenn du da, ähm, also, Leute warten schon auf Geräte, ja, aber es gibt halt einen großen Mehrwert, diese, diesen Presseschwung mit Verkaufszahlen am Anfang mitzunehmen, der ist schon, der ist schon nicht unwichtig, der ist nicht unwichtig, der ist ganz entscheidend, aber wenn es sowas ist wie ein MacBook Air, kannst du locker nächste Woche raushauen. Ähm, tja, schauen wir mal, ich bin, ich weiß nicht, also ich, ich bin inzwischen so weit, ich konnte mir auch sagen, so, das ist, fällt halt alles flach, ne, also, würde mich nicht wundern, so nach der Woche jetzt. Hm, ja. Ich, 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 keine Ahnung. Ja, ist leider wahr. Hm. Ja, ich, ich, keine Ahnung, 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 ich Vielen Dank.